Hallo zusammen, da sind wir wieder in Laisov B hier im Hotel Grat. Wir wollten gerade den Mittagsschläfchen halten. Bibi und ich haben das Ergo noch ausgegeben. Und da haben wir festgestellt, dass das Bell hier ist. Scheinbar hat es der Grund, dass Victor weg ist. Und dann hat sie da herreisen können. Ich gehe mal zu ihr und rede mal mit ihr. Ich konnte weg, dankens zu dir. Ich wollte nicht sein, dass ich ungratetig bin. Ich bin ein Soldat aus Kroht. Die haben uns in Pairs gelegt. Ich wurde verabschiedet von der Blockade und verabschiedet von meinem Partner. Ich glaube nicht, dass die Puppets hier die einzige Dinge sind. Kann ich bleiben mit dir, bis ich in Kontakt mit meinem Partner? Was will sie? Ich bekomme die Puppets. Aber was machen die Monster hier? Was ist mit Kroht? Ich bekomme die Puppets. Was ist passiert? Okay, also... Ist das die kalte Frau? Nein, oder? Die hört die Hornschu an, oder was? Ich gebe auch mal den Schlüssel ins Badezimmer. Da kann sie sich ein bisschen wäsen. Was haben wir noch? Vor Polentina haben wir noch eine Kiste. Ja. Frau Antonia hat gehört, über die Grand Exhibition. Sie realisiert, dass ihre Kür ist sinnvoll. Ihre Krankheit hat gewöhnt. Vielleicht, weil sie die Hoffnung verloren hat. Ich glaube, dass wir sie bald verlieren können. Frau Antonia hat sich gegen sie zu tun. Aber ich glaube, dass die Gold Coin-Fruit ist unsere letzte Hoffnung. Ich habe gehört über einen Alchemist, der weiß, wie diese sehr mirakuläste Medizin benutzt wird. Bitte find einen Weg, um sie zu behandeln. Am Waren hinzufügen, robuste Krat Versorgungskiste geben. Und das Ergo, Fogman. Aha. Mal gucken, was er holt. Das kennen wir ja, ne? Ach, jetzt kannst du... Ach, Dunkelmond... Dunkelmond... ...und das Bundes kaufen. Hat drei Stück. Oder du? Was brauche ich? Vollmondstein des Bundes. Oder du? Ach du, guck mal. Der hat noch Quarz. Da hab ich's. Ich brauch drei. Oh je, da werden wir ruhnen. Brauche ich's hier. Ein Booster? Ah, von dem Baum. Beschleunigt das Wachstum der Goldmünzenfrüchte. Ah, okay. Okay, Moment, langsam. Jetzt gehen wir echt mal kurz. Ich steige jetzt echt mal auf, dass ich einen Überblick habe. Ein Mann in Krott. Er spüren mayhem und Tod für eine Delüse, die er nennt, Evolution. Simon will eine neue Welt in Krott. Eine schlimme Zukunft. Even worse als die Karkass-Monsters wir bereits befinden. Das ist warum ich dich aufzunehmen. Wenn du nicht Krott auskennen kannst, niemand kann. Find die Isle des Alchemists. Someone must know how to get there. I will help as much as I can. Of course. Please, save Krott. Okay. Whatever choice you make, I shall wait for you. That is why I'm the listener. To bear witness. So, ich steige jetzt erst mal auf, fertig, aus. Und zwar, ähm... Das bringt nichts, ne? So, gehe ich jetzt neu, fertig. So, dann haben wir noch 2000. Das reicht ja nichts, für gar nichts. Aber wir machen jetzt erst mal noch die Runde. Gehen zu Antonia. Die hat bestimmt auch noch was zu sagen. Okay, das, ich weiß es noch gar nicht. Aha. Gefa Wufi ist fort. Ach du Scheiße, ja. Der steht bestimmt da ohne. Wo ist denn der jetzt? Ich hab keine Ahnung, Freunde. Haben wir noch was für... Aber die Waffe haben wir nix, ne? Ich höre, dass es ein neues Gast ist im Hotel. Und dass du ein bisschen was mit dem zu tun hast. Ich finde, dass es seine eigenen Rewarden ist. Ich brauche sicherlich nicht Geld. Auch Strangere. Jeder hat jetzt ein bisschen Hilfe. Wenn wir, die durch Zeiten wie diese, nicht die besten Leben leben, leben wir nicht die besten Leben, die wir können. Wir verhören die Erinnerungen von allem, die wir verloren haben. Honoring the lost is why I do what I do. In a way, I envy the dead. They don't have to know what it's like to remember that they're gone. Ha! And here I go again. Blah, 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 and who cares, ha? Now, let's get out there and save my... That is our city. Aha. Gehört was nein. Der große Bund. You're not asking much, are you? Very well. Geppetto himself created it, and I... God help me, I made it work. It's in every puppet. A sort of... Conscience. And in theory, it should have prevented anything like the puppet frenzy ever happening. It's because we don't truly understand ergo. At least, that's my view. Sometimes, ergo-driven puppets gain what we call awakened egos. Individuality, more or less. Individuality, more or less. Which is a dangerous thing if someone's not ready to handle it. Though, that is rare. Though, that is rare. Or, used to be. Hence, the Grand Covenant. Humanity's safety net. But, it did not work. The puppet frenzy happened anyway. And I, still don't know how. So, the King of Puppets, how did he get around the Covenant, I wonder? He used the ergo wavelengths, but what did he do to their consciences? However, it's a different story when a single puppet cracks the safety device of so many puppets. Does the Grand Covenant break when their ego awakens? Or, did someone cause the frenzy after lifting the Grand Covenant? If it's the former, the King of Puppets is the culprit. If it's the latter, the King of Puppets is a means to an end. I am but a simple, brilliant genius, and a man about town. I do not pretend to be otherwise. That is why I am asking you to solve this. Everything depends on what you do now and your choices. I always welcome... Okay, das war jetzt der Venici. Jetzt hätten wir dann, wenn man dann vervollständigt hat, oder alle, was sie zu sagen, oder? Nein, nein. Dann bliebe noch Gepetto, oder? Was hat die jetzt gesagt? Die will mit uns gehen, wohin? Ich weiß es selber noch nicht, wo wir hingehen. Wenn die Katze sitzt, wird sie gestreichelt. Nein. Dann sitzt sie auf dem Tisch, dann wird sie gestreichelt. Okay. Gucken wir da noch neu. Nein, dann ist sie auf ihrem Platz. Nein, der hat das noch nicht mitgekriegt. Okay. So, Freunde, ich mach das jetzt auch nicht da. Kann man da noch was machen, oder irgendwie? Ja, ich will. Ich mach jetzt einen Cut und guck, dass ich nur was kaufen kann, vielleicht einen Quarz, oder sowas. Und dann steig ich wieder rein, wenn wir in die große Ausstellungshalle sind. Okay? Okay. 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 Ja, ich hab jetzt den Schlüssel, den Schlüssel haben wir ja gekriegt für die Tür, du. Wollt jetzt so aufscreen, einfach nochmal gucken, wo das ist. Und dann ist es mal euch gefallen, dass wir ja den Schlüssel kriegen, für die Tür vom, ach, du hast ja Angst da gehst, da fällt da nichts mehr euch. Vorne steht Sophia, Sophia. Sophia, hier sie. Ist das die kalte Frau da? Heiligen Statue der Barmherzigkeit. Du kannst mit der Heiligen Statue der Barmherzigkeit eine Zurücksetzung des Systems durchführen. Nette Scheiße da drauf, Freunde. Ich will jetzt nichts zurücksetzen. Ist das die kalte Frau da? Oder was? Nein, ne? Oh, Nein, will ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das machen sollte. Selbst wenn ich mich total verskillt habe. Oh, da. So sagte Pistris, Ich, Adriana, zeichne dies für die Brüder und Schwestern auf. Reißet Pistris, der sogar Gott verschlingen wird. Hört her, meine Brüder und Schwestern. Ich, Pistris, werde euch in die Geheimnisse der Welt einweihen. Am Anfang war es ein Wunsch. Es muss ein Wunsch gewesen sein. Es ist das einzige vergängliche Paradies, das Menschen haben können. Jahrtausende lang gingen die Wünsche der Menschen verloren, aber einer erreichte einen Stern. Das war ein Wunder. Umso mehr, weil dieser Stern ein sehr guter Stern war. Der Stern gehörte, er hörte die Wünsche der Menschen und stieg zur Erde hinab. Und somit begann alles. Ja, das kann auch sein, ne? Eine ganz neue Sichtweise auf die ganzen Dinge. Also den Stargazer haben sie installiert, dass man da nicht jedes Mal herlatschen muss. So weit war das auch, ne? Ich rede jetzt noch mal kurz mit, aber das ist... Das ist aber nett, die... Was hat doch gestorben? Sehen Sie sich die Fingerspitzen der kalten Frau auf der großen Ausstellung an? Ja. Seht ihr jetzt? Ist doch irgendwas leuchtet, oder? Ja, da reden wir halt mit Sophia. Ja. Ja. Whatever choice you make, I shall wait for you. That is why I'm the listener. To bear witness. I've always wondered why I'm the listener. Why this power came to me in this time and place. But now I understand. Ergo reached out, wanting someone to hear it was once human. Or maybe... it wanted someone to remember it. Perhaps a god or an angel. Who knows? But the alchemists have tainted everything. The gold coin tree is a pathetic creature they created from the listeners. Like many of their creations, it's tragic, but useful. You can control Ergo with gold coin fruits. The sad tears of those who became trees. If they get the chance, the alchemists might force me to make such a tree of them. Or something even more tragic. Don't let the sacrifice of the alchemists' victims be in vain. With the fruit, they lend their strength to you. Collect gold coin fruits and let the saintess statue inspire you to victory. You honor their sacrifice, their grief and tears. Petrification disease, puppet frenzy and carcass monsters don't happen by chance. They're all related to Ergo. Ergo is the essence of life made from the petrification disease. It contains the memories and distilled lifespan of the victim. That's why puppets sometimes awaken their old selves or describe someone else's memories. Simon coveted Ergo's power and he noticed that the process of curing the petrification disease could also create enhanced humans. Crot became a city of monsters and petrification disease because of Simon's terrible experiments. The king of puppets tried to stop Simon, but he didn't do well either. Now our only hope are we not. Okay, there's a rain and it's raining. Why? That's just a house. Or not? That's a house. I'm not so sick. or what? Oh, that's just a house. when it's open is. I was so dumb going on the building When it's all about the building. When it's all around the building. Probably not. Okay, let's go back again. Now I'm not looking at it. da sind wir wieder hier und dort und dort nach hier dann würde ich aber dann vorschlagen wir mal da stückchen weiter halt mal langsam wo hat euch die leiche gebettet ja die müssen doch langsam verwesen ja gute puppen riechen ja nicht und halbmännische puppen an manche mal verstecken wir sind aber immer noch in der ausstellungs halle oder fuchs und und die ganz achtung jetzt labern die dich auch wieder voll ciao bello it seems you and i share a strong connection talking to an alchemist is like talking to a brick wall that's also an alchemist brother you should say hello to your friend but it is true that we are in something of a bind we're going to need to consult with our old friend you got that right sister our pal is sure to help us we didn't behave that badly at his large shindig i hope a moment please my young brother here is slowly but surely losing his very sight his windows to the world to a terrible slow working illness that is why i seek the gold coin fruit it said to work miracles and do you ever need one the alchemist give us just enough to keep him going but not enough to cure and never was they promised we can't rely on those crucible kissing wizards please don't make me beg he needs this besides for a fellow who raided the black rabbit brotherhood's den and walked out in one piece it'll be as easy as eating your weight in bomboloni please the gold coin fruit is the only thing that helps you there can you hear me please the gold coin fruit is the only thing that helps can you spare any as a personal favor we knew you were true friend and generous that's right i liked you from the start you know just out of feeding if you felt otherwise that wasn't me ignore this one when he gets excited or just feels happy he gets chatty but he really is grateful we both are on that note i hate to borrow and run but we have another request from the alchemist to take care of so we will be staying behind you'll need to go on without us so i suppose this is farewell i won't ever forget your kindness here a small token but it's a gift from the heart now go oh i never forget a friendly face now okay um die schallbladde die schallbladde könnte was i was surprised when the bell rang the island of alchemists you say and monsters this is a nightmare i'm living my own nightmare puppets and alchemists forget it it is their secret island a place hidden from the world but even if we could find it how to get there what about i don't know if it even works anymore but one still requires fuel needs must when the devil drives there could still be a way a dangerous but marvelous mode of transportation but it won't work without a golden ergo my research well poor genella did a lot of the heavy lifting has led me to believe you can find one deep within the balance wall it's also let me to believe it is guarded by actual monsters so i can't make these decisions for you it's up to you no i'm not going to tell you the details yet not until we have that golden ergo it's just not worth getting our hopes up compagno ja der laber der bekommt der hat ja irgendwo ein lautsprecher oder was wenn wir überwacht wo sind wir jetzt straßensparen station zum kahlen zum der abend nach dem regen aha oh ja schwebe bahn ja das ist der karl ist um das sieht aber komisch aus oder in der sich die station erst mal da haben sie so ab auto liegt ach so ja alles abgeladen was nichts mehr da auch okay okay pube werkstatt oder das reiseführer der sehenswirklichkeit von kratz der karl ist um die attraktion dieses monat ah ist egal wo ist denn es da geht aber das ist wichtig alles online alles online kennen die hohe schmierer okay dann würde ich sagen wir gehen und gucken wo es hingeht was okay ich dachte wir könnten jetzt so die treppe hoch aber das wird nichts bringen das ist das ist ja wieder so ein hammer guckt so ja okay okay freunde das wird so nix ja das habe ich mal gedacht die scheiß feuer arsch lächer doch da müssen wir gucken ob wir haben wir was gegen feuer irgendwas habe ich stehe wieder zu nahe drauf weg ja ja warte mal habe ich irgendwas mit gegen feuer oder alle was ist denn das da das kannst du vergessen das war so überhitzung das hält ja nicht lang oh ja ohne so liegt der ergo ja wow hoho ach und gleich weg was schon wieder überhitzung ist ich möchte wissen was das ist denn direkt das hat schon ein bisschen geholfen. Ja, aber wo sind wir da jetzt überhaupt? Ein Puppenfriedhof. Da oben ist eine Brücke. Ich will wieder ein anderer Hund. Oh, ein Sprenger. Ein Rasensprenger. Ich glaube nicht. Ich habe das ungute Gefühl, wenn wir da runter springen, dass wir dann gleich wieder von vorne herlaufen dürfen. Und die Waffenschleife zwischendurch. Lass man es nicht vergessen. Da ist nochmal so ein Köder. Häuser Ruhe. Gib hier die Häuser Ruhe. Guck. Oh. Ach Gott, fein der Herr. Ja, die Waffe ist zu langsam. Oh, scheiße. Ach, komm. Alle Muldo. So, fertig. Nix mehr. Isolierungskonverter. Warten wir mal. Da gucken wir gerade mal. Warte mal, Moment. So. Oh. Isolierungskonverter. So ist er. Oh je, da ist wieder sau schwer, Freunde. Ist aber in allem besser, aber. Oh, können wir nicht mehr? Ja, können wir nicht mehr. Habe ich ausgerüstet. Prima. Prima, da ist in allem besser. Okay, und wir können sogar benutzen. Oh. Wir können ihn nutzen. Zwischelmonstein, ja. Und gibt es denn nur was Gescheites? Das war die Waffe. Wie weit sind wir eigentlich im Spiel? Haben wir schon die Hilft, oder? Ach du Scheiße. Hä? Was war denn das jetzt? Ach Gott, nee. Zwei Stück da oben. Ach komm, Freunde. Du kannst ja dein Ding laden. Ja. Erreichst mir das von da oben hier. Ja, voll, voll nebedraus. Ach komm, Freunde. Ich habe keinen Bock mehr. Ehrlich. Wirklich, naja? Wink was. Komm, wir gehen da entlang. Ach komm, Freunde. Ach, falle! Ach, scheiße! Du Arschloch! Ja, oah. Leck mich am Arsch. Ach komm. und dann nehmen wir das item gesammelt ja okay ich mache jetzt erstmal einen cut ohne ein bisschen in die nase und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder okay macht es bis denn